Versteckt? Weggelassen? Ich glaube, wir haben die irgendwann mal mitgenommen und dann haben wir die irgendwo stehen lassen. Oder ist die tot? Haben wir die getötet? Verdammt. Naja, das ist nicht die Schublade, die ich wollte. Wir haben hier eine Truhe. In der Truhe sind... Waffen. Ja, ich kann mal eben hier... Ich werde jetzt mal eben... Das wird jetzt ein ganz spannender Part. Ähm... Pedigo ist Shopping Queen. Nein, das ist nicht Shopping Queen. Ich gehe... Ähm... Eher... Wegwerf... Dingens. Also, was ist Wegwerf? Wegwerf ist falsch. Ich... Pack mal die ganzen... Ah, den will ich wieder haben. Das will ich wieder haben. Fuck. Nein! Ich habe jetzt nicht auf... Nein! Nein! Jetzt habe ich... Ich habe aus Versehen auf alles aufheben gemacht. Na, super. Okay. Also, nochmal. Nochmal, weil es so schön war. Adieu. Das ist wie die Pfeile. Ach, scheiß auf die Pfeile. Nein, die wollte ich behalten. Ach, egal. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich brauche das nicht. Also, das Diadem... Das kann doch weg. So, das behalte ich. Das behalte ich. Das kann... Weg. Weg. Behalte ich. Weil ich will dich verkaufen. Wenn du sie uns da... Weg. 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 Warte mal. Magic Karriere reiht sich 100% schneller. Warte mal, warte mal. Das Ding ist ja viel geiler. Anziehen. Wieso will ich denn nochmal erqueuern? Egal. Ähm... Weg. Weg. Ich weiß, ich könnte hier wieder auf... Bögen wirken, höheren Schaden. Bögen wirken, höheren Schaden. Der Punkt ist halt, dass ich einfach die Sachen eh nicht... Ich werde damit nichts... Den ganzen Zeug hier nichts antun. Äh, äh... Seltsam, so mal nicht. Ähm... Ich werde hiermit eh nichts tun. Aber die Sachen, die verzaubert sind, die packe ich jetzt einfach anders mit mir rein. Die anderen Sachen verkaufe ich gleich. Äh... Ich glaube, jetzt haben wir erstmal genug Platz. Obwohl halt, ich wollte... Ist das die Kommode? Nein, die Kommode ist falsch. Wir hatten hier irgendwo noch einen Beistelltisch. Ja, hier sind meine ganzen... Haha. Im Beistelltisch ist das ganze Zeug natürlich drin. Sonstiges. Alle ablegen. Barren. Die klauen nicht. Die Statuen auch nicht. Die will ich nur verkaufen. Was ist das für ein Scheiß? Weg damit. Wenn ich es jetzt nicht in... Eigentlich nicht da dran haben will. Einbalsamierungswerkzeug? Was zum... Teufel habe ich hier dabei? Ich lege mein Gold weg. Genau, so habe ich es gern. Wie gesagt, die ganzen Dinger möchte ich irgendwie behalten. Links... Oh! Links auch gut der Farmer. Keine Ahnung. Kann man damit irgendwas... Questobjekt. Das ist ein Questobjekt? Wenn schon muss ich doch nochmal in die... Diebesgilde zurück, um mal zu gucken, ob ich da irgendwas noch weglegen kann. Alles davon. Weg, weg, weg. Weg, weg. Dauert nicht mehr lange hier. Wir sind gleich fertig. Ja, so viele verdammte Sachen hier. Okay. Wunderbar. Wir haben auf einmal nur noch 160 Trageleist. Ist auch okay. Wir haben noch ein bisschen Schrott dabei. Den wir übrigens mal abwerfen können. Wie zum Beispiel... Das ist ein Questobjekt. Wie zum Beispiel das hier. Wie zum Beispiel... Das hier. Wie zum Beispiel... Das hier. Wie zum Beispiel... Das hier. Dankeschön. Wunderbar. Lydia stippt bei mir. Ne, die tankt alles. Ja, bei mir... Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß nicht, wo Lydia hier abgeblieben ist. Hier war irgendwo ein Händler, der alles nimmt, oder? Oh, fuck. Ich wollte nicht. Hä? Wieso haben die Geschäfte nicht offen? Wie viel Uhr haben wir? Sechs Uhr... Sieben Uhr morgens. Und die Geschäfte haben nicht offen. Was ist das denn für ein Scheiß? Das finde ich nicht gut. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Okay, äh, dann würde ich sagen, wir... Sturmmäntel. Wollt ihr Sturmmäntel? Wollt ihr Dingens? Ihr wollt Sturmmäntel? Wenn ich mich recht entsinne. Lidl macht auch erst... Lidl macht auch erst um 8 Uhr, ja. Ey, wenn mein U-Bahn-Store hier bei Wille... Also wenn man hier in Hamburg... Nicht schon um... Also die müssen um 7 Uhr aufhaben. Wenn ich zur Uni gehe, brauche ich was zu essen. Sturmmäntel, weiter im Osten. Ich weiß, dass hier irgendwo... ...so ein Lager war. Ich weiß, dass hier irgendwo... ...ein Lager mit Sturmmänneln war. Ich weiß nur nicht mehr wo. Du warst gerade mit der Maus da. Also es ist hier oben, ne? Ich hatte recht, glaube ich. Es ist hier irgendwo hier oben gewesen. Lager der Sturmmäntel, da ist es. Hab's gefunden. Die Bärentatze. Ja, ich hab's jetzt auch, genau. Wie er alles ankommt. Genau vor dem Lager weggeht. Ja, so bin ich halt. Da fällt mir auf... Ja, okay. Fünften Part machen wir noch. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsland kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Talos möge euch leiten. Okay, anscheinend... Ich kann es kaum erwarten, noch so einen Kaiserlichen zu töten. ...müssen wir nach Windhelm. Zu Dreck, zu Ulfric. Ey, 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 ey. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair, was wir... Nein, 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 nein. Das ist nicht fair. So. Verdammt. Meine Freundin ist nicht im Twitch-Chat. Geh mal rüber in den Twitch-Chat. Oder du kannst bestimmt den Twitch-Chat lesen. Ich möchte jetzt die offizielle Bestätigung hier live im Stream haben, dass man sich ruhig über mich lustig machen kann, aber es mal selbst probieren soll. Let's playt mal selbst. Das ist nämlich dann auf einmal... Auf einmal ist das Ganze nämlich was anderes. Jetzt antwortet sie nicht mehr. Seid euch gar nicht so sicher. Aber ich gebe zu, dass ich mir und wie in die Sorgen machen muss. Okay, safen. Das Kaiserreich setzt Weißlauf stark unter Togen. Es ist halt beim Let's Playen... Man redet... Man... Man... Man spielt... Ulti als Mau, ey. ...die für uns ist... ...ist der Gegend. Hier, die gibt mir einen guten Computer und ich mach's. Ja, wenn ich als Student genug Geld verdienen würde, um dir einen PC... Also, ich hab ja nicht mal einen guten PC. Mit wem? Mit Gaiver? Wer ist Gaiver? Hat... Hat der Gaiver gesagt? Wie MacGaiver? Ich hab die Quest anscheinend schon, kann das sein? Für Let's Plays brauchst man zufälltechnisches Zeug. Falsch. You need a computer or a laptop or something like that. Du brauchst ein Mikrofon. Und das war's eigentlich auch schon. Ja. Du brauchst noch ein Aufnahmeprogramm. Da gibt's kostenlose, die nicht so gut sind. Oder da gibt's Fraps für ein paar Dollar. Womit man alles machen kann. Du brauchst kein... Du kannst dich immer verbessern. Du kannst dir immer mehr Technik dazukaufen. Ja, aber... Geil mal, ist das der Typ, den wir machen oder sterben? Hm, Helgen, ja. Ulfric hat uns deine wilde Geschichte erzählt. Wenn ihr das alles überstanden habt, kann ich euch wohl doch gebrauchen. Doch zuerst verratet mir, warum wir ein Elf für Himmelsrand kämpfen. Ähm, ich möchte gegen das Kaiserreich kämpfen. Ich würde alles dafür tun. Daran gibt es nichts auszusetzen. Solange ihr das Kaiserreich so sehr hasst wie ich, kann ich damit leben. Litz ignoriert mich. Ja, ich bin ein Elf. Oder Elb? Ich bin so eine hässliche... komische Hochelfe, glaube ich. Oder Hoch... Ja, doch irgendwie sowas. Ich bin auch eine Sie in dem Spiel hier. Litz ignoriert mich. Deshalb bin ich hier. Ich möchte mich für euch anschließen. Na schön. Ich kann euch aber erst einsetzen, wenn ich weiß, wie viel ihr einstecken könnt. Ich habe eine kleine Prüfung für euch vorbereitet. Als Hochelf zu den Nordverräterin. Ich mache alles, was ihr von mir verlangt. Bückt dich. Oh Gott. Das höre ich gerne. Sofern ihr diese Worte auch mit Stahl bestätigen könnt. Nein, mit Magie. Ich schicke euch auf die Schlangensteininsel. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, nun, dann hättet ihr mir sowieso nichts genützt. Was ist bei der Schlangensteininsel? Dort beweisen Männer seit Generationen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Ich bin eine Frau. Die Altvorderen haben dort eine merkwürdige Felsformation errichtet. Irgendetwas an diesem Ort zieht die Eisgeister an. Tötet dort draußen einen Eisgeist. Und die hat mir nichts mehr zu beweisen. Ich werde diesen Eisgeist töten. Ich bin bald wieder zurück. Das werden wir ja noch sehen. Ja, als ob das ein großes Problem sein wird, mein Freund. Das ist der Botschaft für die anderen Jahre. Wen auch immer, wer an ihre Stelle ist. So jung und schon bei den Sturmmänteln. Heißt die Quest übrigens, die gerade noch ganz kurz angezeigt. Fairer als der Test der Kaiserlichen. Die wollen, dass man alleine eine ganze Festung erobert. Das ist auch kein Problem. Ich meine, als Magier hat man es in diesem Spiel gar nicht mal so schwer. Da tötet den Eisgeist. Na super. Also ich meine, ich habe, wie gesagt, ich kann mich heilen. Und mir können 500 Leute auf mich einschlagen und ich werde nicht sterben. Außer ich bin doof. Das habe ich auch oft genug schon bewiesen, dass ich auch kann, einfach doof zu sein. Aber egal. Das war hier nicht gefragt. Oh Gott. Die könnte ja was sagen, aber die war nicht. Kali, psscht. 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 Ist hier jemand? Ist hier etwas? Hä? Da ist ein Todeswahl raus. Ein Pferd. Leichte Rüstung verbessert Wait, what? Hat das Walross das Pferd gerissen oder was? Oder lebt das Pferd hier? Ich hab's verpasst? Ich hab ein neues Pferd Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber Oh, noch mehr Walrosser Das Pferd ist doof Das rennt immer weg Was? Eisbären Au! Ich war doch nicht mehr bei dir Okay, wisst ihr was? Ich steig lieber ab Okay Eis, Wasser, Eis, Wasser, Eis, Wasser Hey, ho! Wo ist denn hier unsere Tasse? Nein Doch Nein Doch Hallo Witzig ist auch, man kann nicht sprinten und springen gleichzeitig Mir ist schon mehrfach ausgefallen Wäre auch zu einfach gewesen Hallo Syr Ich nehme an, ich komme hier hoch Kann ich hier Oh, tauchen Sieht man ja überhaupt total viel Richtig gut Bis gleich, awesome Pizza ist da Guten Appetit Boah, jetzt krieg ich auch wieder Hunger Obwohl ich eben erst vier Toast verdrückt hab Boah, ich hab jetzt Hunger auf was Richtiges Wait, 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 what? Ja, ne, das Ding will ich nicht aktivieren Äh, kehre zu dem Typen zurück Wo haben wir ihn denn? Dort Verlast Boah, jetzt wird ich auch ne Pizza Kali, du bist böse Aber irgendwie sind nicht ne Tiefkühlpizza oder was, sondern So ne Richtig geiler Wir wissen ja nicht einmal, ob sie überhaupt existiert Dann schuldig Ulfric einen Maid Ich muss gestehen, ich hatte nicht erwartet, euch noch einmal zu sehen Ich habe euch falsch eingeschätzt Ihr habt eindeutig das Zeug zum Sturmmantel Wir sollten die Sache jetzt amtlich machen Seid ihr bereit, euren Eid abzulegen? Jo Mein Eid Bevor ihr wirklich zu uns gehört Müsst ihr Jarl Ulfric Sturmmantel Dem zukünftigen Großkönig von Himmelsrand Ein Treue Eid schwören Außerdem müsst ihr auch euren Gefährten bei den Sturmmänteln Dem Land und dem Volk von Himmelsrand Eure unerschütterliche Treue schwören Ich bin bereit Das ist die richtige Einstellung Wenn ihr diesen Eid ablegt Werdet ihr eine von uns Eine Heldin des Volkes Eine wahre Tochter Himmelsrands Ein Sturmmantel Sprecht mir nach Ich schwöre bei meinem Blut und meiner Ehre Ulfric Sturmmantel zu dienen Ich schwöre bei meinem Blut Meine Ehre in den Dienst von Ulfric Moment Das ist anders als er Jarl von Windhelm Und wahrer Großkönig von Himmelsrand Jarl von Windhelm Und wahrer Großkönig von Himmelsrand Talos sei mein Zeuge Möge mich dieser Eid binden Bis in den Tod und darüber hinaus An meinen Herren Wie an meine Waffenbrüder und Schwestern An meine Herren Wie an meine Waffenbrüder und Schwestern Ruhm und Ehre den Sturmmanteln Den wahren Söhnen und Töchtern von Himmelsrand Ihr seid jetzt einer von uns Das ist anders als er Ich bin der Sturmmantel